Macht doch mal was über Vichy. Das habt ihr mir schon häufiger geschrieben, entweder hier unten in den Kommentaren oder auch bei Instagram. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute auch damit, mit Vichy. Das ist ein kleiner Kurort in Frankreich, der heute mit Heilbehandlungen und Wellness wirbt. Während des Zweiten Weltkriegs war er der Sitz eines umstrittenen Regimes, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nämlich des Vichy-Regimes, eine französische Regierung während der deutschen Besatzung von 1940 bis 1944. Es geht heute also um ein bizarres Stück deutsch-französischer Geschichte. Es geht um Kollaboration und den Marschall Philippe Pétain. Zeitlich springen wir jetzt erst einmal zurück zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs, wie die Historiker das so schön formulieren. Frankreich, einer der Sieger im Ersten Weltkrieg, erlebt nach dieser Jahrhundertkatastrophe turbulente politische Jahre, vor allem in den 1930ern. Die Polarisierung zwischen den linken und rechten politischen Kräften ist sehr stark. Der Parlamentarismus hat viele Gegner, ähnlich wie in Deutschland. Seit 1936 regiert eine Volksfrontregierung, die Dritte Republik. In ihr sind linke Parteien zusammengeschlossen. Sie verfolgt außenpolitisch einen defensiven Kurs und will auf jeden Fall einen neuen Krieg verhindern. Diese als Appeasement-Politik bekannt gewordene Haltung, die auch die britische Regierung teilt, ermöglicht Hitler den Anschluss Österreichs und die Besetzung des Sudetenlandes. Insgesamt fühlen sich die Franzosen aber sicher, denn zehn Jahre lang haben sie aufgrund der Erfahrungen im Ersten Weltkrieg ein Verteidigungssystem aus Bunkern gegen Deutschland aufgebaut. Die Maginot-Linie. Deshalb ist es ein Schock, dass während des Zweiten Weltkriegs der deutsche Angriff am 10. Mai 1940 unaufhaltbar ist. Nach wenigen Wochen schon ist Frankreich besiegt. Hier muss ich jetzt einen kurzen Cut machen, denn um zu verstehen, wie und warum sich die Dinge entwickeln, müssen wir uns die Situation ganz genau klar machen. Vor allem müssen wir uns anschauen, was für ein Mann der Politiker ist, der die wichtigen Entscheidungen damals trifft. Philippe Pétain wird im Jahr 1856 als Sohn einer Bauernfamilie geboren. Er wird Offizier. Er lebt eine recht wenig spannende Karriere, unterrichtet an der Kriegsakademie und kämpft im Ersten Weltkrieg erstmals an der Front. Mit knapp 60 Jahren. Pétains Strategien sind so erfolgreich, dass er jetzt schnell zum General aufsteigt. 1916 hält er bei Verdun den deutschen Angriff auf. Zu dieser grausamen Schlacht findet ihr ein Video oben auf dem i, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen. Und seit dieser Zeit nennen die Franzosen Pétain den Helden von Verdun. Um seine Person entsteht sogar ein Mythos. Pétain wird in der Not gerufen, um das in Ordnung zu bringen, was andere verbockt haben. Er wird Oberbefehlshaber und nach dem Kriegsende Marschall. Er bekommt den höchsten militärischen Ehrentitel. Er ist eine Autorität, engagiert sich in der Politik als Kriegsminister und Botschafter in Spanien. Pétain ist ein autoritärer Politiker, kirchlich-konservativ und er besitzt keine große Achtung vor der Demokratie. In vielen europäischen Ländern entstehen damals faschistische Regime. Mussolini in Italien, Franco in Spanien, wo Pétain Botschafter ist, Salazar in Portugal, Hitler im Deutschen Reich. Auch in Frankreich gibt es solche politischen Tendenzen, die eine stärkere Hinwendung zum Nationalen fordern. Als Deutschland 1940 angreift, holt die Regierung Pétain den Kriegshelden nach Frankreich zurück. Am 18. Juni übernimmt er das Amt des Ministerpräsidenten. Wieder bestätigt sich der Mythos. In höchster Not ruft man nach Pétain. Der kommt zur Rettung. Der Marschall will auf jeden Fall verhindern, dass Frankreich weiterkämpft und wieder, wie im Ersten Weltkrieg, hohe Verluste, menschlich wie auch wirtschaftlich, davonträgt. Aber er will auch ein politisches Ziel erreichen. Er möchte die Nation erneuern. Und zwar nicht als Republik, die Frankreich seiner Meinung nach erst so richtig schwach gemacht hat. Und jetzt kommt es. Die französische Regierung hat angesichts des deutschen Sieges mehrere Möglichkeiten. Erstens, Frankreich wird erobert und besetzt, aber die Regierung geht ins Exil und kämpft von dort aus und natürlich in den französischen Kolonien weiter gegen den Feind. Oder zweitens, man kapituliert. Dann gibt es zwar eine republikanische Regierung. Das System der Dritten Republik bleibt erst einmal bestehen, aber die Sieger haben die letztendliche Macht. Pétain wählt jedoch einen weiteren Weg. Er schließt einen Waffenstillstand. Das gibt ihm die Möglichkeit, im Land zu bleiben und Frankreich nach seinen Vorstellungen umzukrempeln. Zumindest das, was davon übrig bleibt, denn Frankreich wird geteilt. Im Norden und an der Atlantikküste errichten die Deutschen eine Besetzungsherrschaft. Ihr Hauptquartier errichten sie natürlich in Paris. Der Süden, weniger als die Hälfte des bisherigen Staates plus die Kolonien, bleibt unbesetzt. Die Details sind ein bisschen komplizierter. Ich verlinke euch mal in der Beschreibung eine Seite von LEMO, in der ihr nachlesen könnt, wie das alles genau gewesen ist. Ihr schaut da gerne mal rein. Im Süden entsteht auf jeden Fall ein autoritäres Regime. Unter den herrschenden Umständen und auch aufgrund von Einschüchterungen entscheiden die verbliebenen Abgeordneten, dem großen Helden Marschall Pétain, die gesamte Macht zu übertragen. Pétain erklärt sich zum Staatschef des Etat-Francais, des französischen Staates, der damit auch gegründet wird. Die Republik, die zurückgeht auf die französische Revolution, ist damit Vergangenheit. Pétain ist im Alter von 84 Jahren Diktator dieses neuen Staates. Er kontrolliert Legislative, Exekutive und Judikative. Es hat mit der französischen Revolution nichts zu tun. Vielmehr mit dem absolutistischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Pétain ist davon überzeugt, dass Frankreich schwach und verweichlicht geworden ist und neue Ideale, eine nationale Revolution braucht. Statt der Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, lautet das Motto jetzt Arbeit, Familie und Vaterland. Mit der Konzentration auf diese Werte, mit der starken Stellung der Kirche, mit der straffen Führung durch einen charismatischen Politiker, der einen Personenkult entfacht, soll die Nation umgewandelt werden und wieder erstarken Nationalismus, Populismus, Führerkult. Das ist Vichy. Ein faschistisches Regime, benannt eben nach der Stadt, in der Pétain seinen Regierungssitz hat. Die Versatzstücke sind die gleichen wie in ganz Europa. Ein Führer, der wie ein Heiliger verehrt wird. Unterdrückung von Opposition, Zensur der Presse. Die Konzentration auf die Jugend, die anders erzogen werden soll, damit sie eine neue Generation bildet. Nicht verweichlicht und individualisiert, sondern hart und organisiert. Anstelle des Parlaments soll jetzt der Wille des Volkes bestimmend sein, den sein Anführer erspürt und zum Ausdruck bringt. Pétain und seine Regierung erklären dem Volk auch, wer an der Misere Schuld trägt. Ein Komplott antifranzösischer Kräfte von Juden, Kommunisten, Ausländern, Freimauern. Das sind die Sündenböcke, sagt man. Pétain will das Überleben Frankreichs, genauer gesagt seines Frankreichs, sicherstellen, indem es mit den Deutschen zusammenarbeitet. Auf Französisch Collaboration. Pétain will den Deutschen zeigen, dass Frankreich nützlich sein kann, wenn es möglichst frei handeln kann. Die Vision ist letztendlich, dass Frankreich, in dem von Hitler neu geordneten Europa, eine Rolle an der Seite Deutschlands spielen kann. Das bleibt eine Vision, muss man sagen, denn Hitler hat für Frankreich, den Erbfeind, überhaupt nichts übrig. Außerdem glaubt Pétain an einen schnellen Sieg der Deutschen und das kommt ja bekanntlich ein bisschen anders. Wozu für diese Kollaboration? Naja, die Vichy-Regierung grenzt Ausländer und vor allem Juden aus. Sie werden aus dem öffentlichen Leben hinausgedrängt, ausgeschlossen. Aus dem Erziehungssystem, der Wirtschaft, dem sozialen Leben. Es gibt Internierungslager. Juden werden ihres Besitzes beraubt. Ab 1942 müssen sie einen Judenstern tragen. Die Regierung lässt die Juden durch die französische Polizei und Verwaltung ergreifen und deportiert sie nach Osten, wo sie schließlich in den Konzentrationslagern landen. Das Vichy-Regime bemüht sich vor allem ausländische und staatenlose Juden auszuliefern, anstatt Juden mit französischer Staatsangehörigkeit. Als wäre das System dadurch weniger perfide. Klar, es ist der Wille der Nazis, dass die europäischen Juden vernichtet werden sollen. Aber die Regierung von Vichy leistet ihren Beitrag dazu freiwillig. Bitte versteht das nicht falsch. Es sitzen in dieser Regierung ganz sicher Antisemiten. Aber die Freiwilligkeit entsteht so. Das Regime will seine Unabhängigkeit immer bewahren, damit es nach innen nicht an Autorität verliert. Wenn die Deutschen also etwas einfordern, da will man sich nicht einfach so unterordnen, denn das würde ja die absolute Schwäche von Vichy zeigen, also wandelt man die deutschen Forderungen in französische Initiativen um. Man kommt den Machthabern also zuvor, damit man nicht wie ein Befehlsempfänger dasteht. Das ist wirklich tragisch, denn dadurch wird Vichy Frankreich zum Mittäter. Wie weit das führt, sieht man an diesem Beispiel. Die Vichy-Regierung hat als einzige Regierung eines von Nazi-Deutschlands abhängigen Staates zur Zwangsarbeit eingezogen. Für Zwangsarbeit, für die deutsche Rüstungsindustrie. Zusätzlich pressen die Deutschen die Landwirtschaft und die Industrie des freien Frankreichs aus. Am Anfang der Besatzung, vielleicht kann man sagen in den ersten beiden Jahren, arbeiten die Franzosen, nicht nur die Regierung, sondern die Menschen im besetzten wie im unbesetzten Teil, recht reibungslos mit den deutschen Besetzern zusammen. Klar, niemand mag sie, vielleicht aber die direkten, harten Maßnahmen treffen erst einmal die Juden, Kommunisten und andere Minderheiten. Da kann sich die Mehrheit irgendwie in der Lage einrichten und muss es auch. Der Widerstand, die Résistance gegen die deutschen Besatzer, wächst im Jahr 1942 allerdings Tag für Tag. General Charles de Gaulle, der aus dem Exil von Anfang an gegen die Deutschen kämpft und der von der Vichy-Regierung in Abwesenheit zum Tode verurteilt wird, schafft es, den Widerstand zu sammeln und zu stärken. Nachdem am 6. Juni 1944 die Westalliierten in der Normandie landen, kämpfen Resistanzmänner und Frauen an ihrer Seite. Bis zu 30.000 Resistanzangehörige bezahlen ihren Widerstand gegen die Nazis mit dem Leben. Das Vichy-Regime setzt bis zum Ende 1944 auf die Kollaboration und bekämpft die Resistanz. Gebietsweise kommt es zu einem regelrechten Bürgerkrieg. Als die Deutschen, die schon im November 1942 auch in den französischen Süden einmarschieren, vertrieben werden und sich zurückziehen, nehmen sich die Widerständler, die Kollaborateure vor. Darunter leiden dann auch Frauen, die mit deutschen Soldaten Liebesbeziehungen eingegangen sind. Der Philosoph Jean-Paul Sartre beschreibt, wie kahlgeschorene und misshandelte Frauen in Paris durch die Straßen gejagt werden. Pétain und die Vichy-Regierung bemühen sich zwar zu einer Verständigung mit der Resistanz und General de Gaulle zu kommen, aber die wollen nicht in Verbindung gebracht werden mit dem Regime. Das hat mittlerweile fast jede Unterstützung in der Bevölkerung verloren. Marshal Pétain allerdings ist immer noch populär. Er wird von den zurückweichenden Deutschen mitgenommen, kann dann ins Schweizer Exil gehen. Von dort geht er nach Frankreich und stellt sich den Behörden. Vichy ist am Ende aber Pétains Geschichte noch lange nicht. Die provisorische französische Regierung klagt ihn des Hochverrats an. Zu seiner Verteidigung bemüht er noch einmal den alten Mythos. Durch den Waffenstillstand 1940 und die Kollaboration habe er Frankreich vor Schlimmerem bewahrt. Sein Ziel sei immer gewesen, die Nation zu retten und den nationalen Wiederaufstieg zu ermöglichen. Das Todesurteil gegen ihn wird in eine Haftstrafe umgewandelt. In der Haft verschlechtert sich der Gesundheitszustand dramatisch. 1951 stirbt er dann schließlich im Alter von 95 Jahren. Bis heute ist das französische Volk gespalten, wie man ihn bewerten soll und darf. Als Präsident Macron ihn Ende 2018 als großen Soldaten und Helden des Ersten Weltkriegs ehrt, gibt es einen großen Aufschrei. Es ist schwierig, das Vichy-Regime in der Rückschau zu bewerten, muss man sagen. Und das merkt man daran auch. Auch in Frankreich selbst tut man sich bis heute damit, wie gesagt, schwer. Sicher ist, dass das Regime die Kollaboration durchgeführt, Menschen ausgegrenzt und unterdrückt hat. Mag sein, dass die Männer von Vichy Auschwitz und Bürgerkrieg nicht gewollt haben, aber sie haben diese schlimmen Dinge ermöglicht. Ich habe vorhin schon mal Jean-Paul Sartre zitiert. Der hat einen Aussatz geschrieben mit dem Titel Was ist ein Kollaborateur? Wenn man den liest, erkennt man, wie unglaublich komplex dieses Thema ist. Die französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac und François Hollande erklärten, insbesondere mit der Verhaftung von Juden habe Frankreich damals das nicht wiedergutzumachende getan. Zitat Ende. Und die Wahrheit ist, dass das Verbrechen in Frankreich von Frankreich begangen wurde. Auch ein Zitat. Solche Offenheit im Umgang mit den schlimmen Teilen der eigenen Geschichte machen es möglich, sich damit auseinanderzusetzen. Leider gibt es Deutsche, die offenbar nichts dazu lernen wollen und die mit dem Finger auf Vichy zeigen und sagen, ja, guck mal, die Franzosen, die waren auch nicht besser. Nein, Vichy war nicht Nazi-Deutschland und schon gar nicht macht das eigene Verbrechen kleiner und eigene Schuld geringer, wenn andere auch irgendwas Schlimmes gemacht haben. Die Geschichte von Vichy ist eine Mahnung, daraus zu lernen. Was meint ihr? Was das sein könnte? Und was ist für euch der richtige Umgang mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und all seiner Folgen, all seiner Auswirkungen bis heute tatsächlich? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ein sehr spannendes, auch ein sehr ernstes Thema. Bitte bleibt sachlich, aber das macht er ja eigentlich immer. Hier neben mir findet ihr ein Video rund um den Zweiten Weltkrieg. Was ist da genau los gewesen? Wie ist er verlaufen? Könnt ihr euch nochmal hier angucken. Und direkt darunter gibt es etwas von den Kollegen von Funk, auch sehr spannend. Schaut da mal rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020